Wenn man nicht mehr gut hört, machen selbst die schönsten Dinge im Leben keinen richtigen Spaß mehr. Immer nachzufragen und Sachen falsch zu verstehen, führt zu Frustration und dem Gefühl, nicht mehr richtig dazuzugehören. Dabei gibt es eine Lösung. Moderne Hörgeräte. Diese kleinen Wunderwerke haben nichts mehr mit den großen und unförmigen Bananen von früher zu tun. Aber wie funktioniert ein modernes Hörgerät eigentlich? Es gibt immer drei Komponenten. Das Mikrofon fängt die Geräusche ein und leitet sie an einen Prozessor weiter. Dieser verstärkt sie nicht nur, sondern wandelt sie auch in digitale Signale um, die der Lautsprecher, auch Hörer genannt, direkt ins Ohr des Trägers weiterleitet. Im Grunde sind moderne Hörgeräte Hochleistungskomputer, die direkt auf ihre Bedürfnisse programmiert sind. Es ist so, als ob jemand plötzlich die Geräuschumgebung für sie sortiert. Hörgeräte analysieren alles genau. Sie verstärken gezielt Geräusche, die für die Kommunikation wichtig sind, während sie Störgeräusche unterdrücken. Und plötzlich ist auch wieder eine Unterhaltung möglich. Und das Beste ist, das alles funktioniert automatisch, ohne dass Sie selbst etwas einstellen müssen. Sie wollen moderne Hörgeräte ausprobieren?